Hallo, ich möchte euch zeigen, wie ihr eure Rigs testet, ob die in Ordnung sind, ob die Gefängig sind, was das Ganze macht. Das ist jetzt einer meiner Pop-up-Bricks von mir, ist aber schon gefischt und stumpf, wie ihr seht, ob der Haken gut ist oder nicht, in dem ihr schaut es super scharf aus, aber wenn ihr den auf den Fingernagel setzt und ohne Druck drüber zieht, seht ihr, dass der rüber rutscht und das Ganze macht ja beim Fisch mal auch. Das heißt, ihr müsst den Haken so schärfen oder neu nehmen, dass der auf der Fingerspitze stecken bleibt. Zu der Positionierung von H gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder könnt ihr es hervorheben, wie beim Katerik, vorne raus schauen lassen oder in meinem Fall beim Pop-up. Normalerweise fische ich da ein großes Pop-up mit einem Zentimeter H-Abstand. In dem Fall ist er noch eine Korkugel oben von einem Sinker, was ich gefischt habe. Und so müsst ihr euch vorstellen, der leichteste Punkt wird vom Fisch angesagt, somit verallt sich auch das Rig. Das heißt, wenn der jetzt flach am Boden liegt und der Köder wird angehoben, dreht der Haken die Spitze Richtung unten. Wenn ihr jetzt das aber zu weit vorn fixiert, dann wird sich die Spitze so nach oben wegdrehen. Und ihr habt erst dann einen Fischkontakt. Sobald es nur Spannung geht, dreht sich dann erst der Rig nach unten. Früher haben wir die Rig so getestet, ob er sich beim drüberziehen über die Hand einhängt. Ist jetzt aber auch schon ein bisschen veraltet. Wie gesagt, am wichtigsten ist, was passiert, wenn der Köder eingesaugt wird. Was macht dieses Rig? Verschlechtern tut sich das natürlich auch, wenn ich am hinteren Ende ein Tubing draufgebe, also zum Blei. Dann bin ich schon mal von der Bewegung her eingeschränkt, wenn das ziemlich steif ist, das Material. Man könnte dann auch einen Doppelring nehmen, zum Beispiel. Dann hat das Ganze mehr Bewegung und somit bringe ich auch den Haken in die Drehung nach unten. Prinzipiell fische ich meine Rigs das ganze Jahr ziemlich kurz, so 15 cm, manchmal sogar 20 cm. Es gibt noch Methoden, würde ich sagen, gerade im Frühjahr, wo ich teilweise 30-40 cm Rigs fische, aber dann ist auch der Köder so weit weg vom Haken, also 2 cm. Das Rig länger, kein Blei oben, also ganz leicht. Und hake dann den Fisch eigentlich erst bei festem Kontakt, wenn ich jetzt laufe bei Fisch, wenn er auf die Rolle kommt oder ähnliches. Und somit kann ich auch scheue Fische fangen, die was eigentlich jedes Rig ausspucken. Zu den Haken. Ich habe die letzten Jahre so viel probiert. Es ist dann halt blöd, wenn der Fisch ein bisschen tiefer hängt, also auf der Platte. Kann es sein, bei hohen Belastungen in Graut oder in Hindernissen, dass der Haken aufbiegt. Das verhindert ihr, indem ihr die Snake von Engines. Das sind bis jetzt die einzigen Haken, die wirklich das halten, was sie versprechen. Und Preis-Leistung ist total in Ordnung. Das ist zum Beispiel in Marco und mein Lieblingshaken, der Snake. Und da gibt es auch noch andere gute, denn SDN ist zum Beispiel auch Wahnsinns Haken. Also bei den Haken muss man nicht das teuerste nehmen. Es sind die von Engines. Einfach top. Bleibt bei den Sachen. Kauft euch noch eine Pinpoint-Pfeile, fällt das Ganze auf und ihr werdet sehen, das macht den Unterschied aus. Und wie gesagt, testet euren Rig, hebt den Köder hoch, beachtet, dass die leichte Seite, also wenn es ein Popup-Fisch, dass die als erste ins Fischmall gelangt und auch beim Ausblasen wieder retour. Ihr könnt das Ganze in der Hand testen, legt es euch in die Innenhand rein und hebt das Popup auf, zieht es nach vor und ihr werdet sehen, wie sich der Haken verhält. Und somit versteht ihr dann auch, warum ihr Fische verliert, warum Fische aussteigen und könnt ihr vielleicht so das Beste daraus machen. Gut, viel Spaß! So, kurze Rigs funktionieren das ganze Jahr über. Man sieht, das Wasser ist 7-8 Grad Wasstemperatur und es läuft. Jetzt lassen wir das schöne Stückchen wieder zurück. Vielen Dank! Bitte! Untertitelung des ZDF, 2020